Hallo, ich grüße Sie. Ich habe heute das Vergnügen, Ihnen hier auf dem Hockenheimring ein paar Schlüsselstellen zu zeigen. Also, auf geht's! Also hier befinden wir uns an einer der Schlüsselstellen hier auf der Strecke. Das ist die Harnadelkurve. Hier kommt man an mit der Höchstgeschwindigkeit von über 280 Stundenkilometern und bremst hier runter in den ersten Gang. Ein Ausrutscher, man verliert hier sofort eine Sekunde. Hier ist auch an und für sich die beste Stelle zum Überholen. Das ist hier eine andere Schlüsselstelle. Das ist eine Kurvenkombination, die sehr tricky ist. Also, das heißt, dass man hier auf der Bremse höllig aufpassen muss. Einmal zu spät bremsen, verliert man direkt den ganzen Schwung für die nächste Kurvenkombination. So, liebe Zuschauer, diesen Wagen, den ich jetzt hier auf dem Hockenheimring gefahren habe, den können Sie gewinnen. Und zwar, wenn Sie mir folgende Frage beantworten können. Wie viele Rennen habe ich im Laufe meiner Formel 1 Karriere gewonnen? Waren es zwei, drei oder fünf? Wie viele Rennen sind.